Große Windjammerparade anlässlich der Kieler Woche auf der Kieler Förde. Es sind eindrucksvolle Bilder, bemerkenswerte Schiffe. Ich als Landratte kann eigentlich nur staunen. Eine große Ahnung von Schiffen habe ich nicht, aber ich sehe mir das Ganze unheimlich gern an, denn das ist lebendige Geschichte. Mit diesen Bildern möchte ich euch erfreuen. Ich halte mich, was den Kommentar angeht, ganz einfach zurück und lasse euch die nächsten zwei Minuten nur genießen. Sohn, okay. Sohn, �s, Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020